Was passiert jetzt? Sie kommen. Momentan sind zwölf unidentifizierte Objekte über die Erde verteilt. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen sie bei allen ganz oben auf der Liste. Was steht da? Waffe anbieten. Finden Sie raus, was das bedeutet? Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, warum Sie hier sind. Oh mein Gott. Wir Sabbathchen Sie 5-1-3-4-9-3-8-4-4-5-2-4-5-5-3-5-6-5-5-5-6-6-7-6-6-7-6-6-7-8-5-6-6-6-6-6-6-7-7-8-5,4-8-5-5-6-6-8-5-6-7-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-5-6-6-7-8-7-8-8-5-6-0-6-7-8-8-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-7-8-6-7-8. Vielen Dank.